Musik 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 Braune Geräusche Ich glaube, wir brauchen euch gar nicht zu sagen, wo wir hier stehen. Hallo zusammen. Ja, erstmal Hallo. Also, wie ihr sicherlich richtig vermutet, wir sind hier jetzt auf dem P1, auf der Messe in Düsseldorf, Caravansalon. Und ja, es ist hier schon wieder ganz schön viel was los. Das können wir euch schon sagen. Es ist hier ein ganz schönes Ankommen. Obwohl wir noch viel zu früh sind, aber das ist so gelaufen auf der Autobahn. Und dann haben wir gesagt, bevor wir dann noch eine Zwischenübernachtung einlegen, fahren wir hierher und sichern unser schönes Plätzchen. Ja, und das schöne Plätzchen haben wir vermutlich jetzt auch gefunden. Auf jeden Fall bleiben wir hier jetzt stehen. Dreimal hin und her rangieren, also das war jetzt sehr stressig. Aber ganz fix und fertig. Ja. Aber jetzt stehen wir gut. Jetzt stehen wir gut. Und ja, und jetzt wollen wir dann auch mal schauen, dass wir für euch ein paar schöne Szenen von der Messe einfangen können. Ja. Genau. Und für uns dauert es noch ein bisschen, aber für euch geht jetzt die Messe gleich los. Ja. Also, kommt mit rein. Ja, bleibt einfach dran. So, und jetzt geht es los. Wir stehen hier, die sind schon alle unterwegs. Wir stehen nämlich hier in einer Morello Concorde Kolonie. Ja, das sind alles Aussteller, die schon in der Halle sind und wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Und gleich geht es los. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Also, hier ist schon endlich los auf der Messe. Wir sind auch schon komplett durch, wir sind schon nass geschwitzt und wir waren bei einigen Ausstellern, die interessante Produkte und auch Produkte, die wir verwenden, viel verwenden, präsentiert haben und da haben wir uns Informationen aus erster Hand geholt, die sicherlich auch für euch sehr interessant sein dürfen, denn ihr werdet die Produkte zum Teil auch im Alltag verwenden. Das waren sechs Interviews, die zeigen wir euch jetzt gleichzeitig mit ein paar Impressionen zum Caravan Salon in Düsseldorf. Ja genau und wir haben uns dieses Jahr eben deswegen entschlossen, weil doch immer wieder Anfragen von euch kommen, was für Produkte wir eigentlich so verwenden und deshalb haben wir uns gedacht, das wäre vielleicht mal interessant für euch, dass wir das so was mal machen könnten. Ja, war auch für uns interessant, denn wir haben ganz neue Erkenntnisse zu den Produkten gewonnen und vor allen Dingen erfahren, warum wir sie verwenden und warum sie so gut funktionieren. Ja genau und jetzt hoffen wir natürlich, dass euch das interessiert und ja, schaut es euch an. Ja genau. In diesem Video erfahrt ihr Produktdetails von Dasha und Patrick, von der Antje, vom Franco, der Christiane, vom Lukas und vom Carlo. Und hier ist das Video. So, jetzt sind wir bei der Firma Solbio und da ist der Carlo aus Belgien. Es gibt ja viele Sanitärzusätze und es gibt auch viele biologisch abbaubare. Wir verwenden Solbio und wir sind damit eigentlich sehr zufrieden. Okay, danke. Kannst du uns was dazu sagen, wie kompliziert das Solbio relativ sparsam ist? Ja, das ist ein Hochkonzentrat, das wir benutzen. Deswegen benötigen wir für eine Standardkassette etwa 40 Milliliter Dosierung. Das reicht durchschnittlich zwei bis vier Tage, je nachdem die Temperatur oder den Inhalt Ihrer Kassette. 40 Milliliter. Das heißt, eine kleine Verpackung von 800 Milliliter haben Sie dann 20 Dosierungen schon. Das heißt, man kann es für 20 Mal zum Kassetten? 20 Mal, ja. 20 Mal reinigen oder die größere Verpackung 1,6 ist der Standard eigentlich für 40 Dosierungen. Ja. Und die bewirken einfach, dass der Geruch etwas kompensiert wird, denn etwas Geruch bleibt ja immer über, selbst wenn man eine Sogtoilette hat. Ja. Und dann ist es einfach angenehmer. Biologisch abbaubar? Ja. Wir versetzen die Fäkalien. Die Bakterien werden stimuliert in die Toilette. Also alles wird flüssig. Auch normales Toilettenpapier, was Sie zu Hause benutzen, kann einfach verwendet werden. Damit es einfach zu entsorgen ist. Sie vermeiden dann auch, dass Ablagerung entsteht. Kalkstein, Urinstein, solche Sachen. Sie haben immer eine saubere Toilette. Also wir können das bestätigen und deswegen benutzt man das auch ganz gerne. Vielen Dank für die kurzen Informationen und die Erfolg auf die Presse. Ja, schöne Reise nach Norwegen. Ja. Okay. Ja. 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 Ich freue mich. Ich freue mich. Ja. 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 Ich freue mich. So, jetzt sind wir bei der Firma Lilie und die Firma Lilie ist für unser Trinkwasser oder für unser Wassertank zuständig. Seit fünf Jahren haben wir unseren Gustl und verwenden nur dieses Produkt. Wir haben noch nie verdorbenes Trinkwasser gehabt oder in unserem Wassertank, egal bei welcher Hitze, also auch momentan nicht. Wir wundern uns schon immer, dass man so ein Röhrchen reinsteckt, manchen nehmen ja Silberionen, die ja gar nicht so problemlos sind, aber wir stecken nur das Röhrchen rein, haben nie Probleme. Wie funktioniert sowas? Da ist übrigens der Lukas, der erklärt uns das jetzt. Super, erstmal vielen Dank für das nette Feedback, freut uns sehr. Und zwar sprechen wir hier von unseren sogenannten Sertek-Kapseln. Wir haben hier das Sertek 3 in 1, was sich so schön in ihrem Tank einsetzt. Und zwar funktioniert es über das Bio-Elektro-Depot und der Sertek-Keramik. Die Bio-Elektro-Depots ist vom Sertek erzeugenden kleinen, minimalen schwachen Strom, das die Bakterien anzieht und die dann in der minimal kleinen, scharfkantigen Keramik verenden. Und somit hat man keine Schlierenbildung. Man hat immer genießbares Wasser. Das Wasser bleibt länger frisch. Und ja, gibt es in verschiedenen Größen, für die verschiedenen Tankgrößen in 30, 100 und 200 Liter. Und das Vato ist für eine Kaffeemaschine. Richtig. Oder eine Wasserflasche. Das heißt, im Prinzip ist das alles, da ist eine kleine Energie, die irgendwie freigegeben wird. Genau. Und die zieht die Bakterien an. Die Bakterien zieht es ins Porzellan rein und da werden die getötet oder abgetötet. Richtig, genau. In die Keramik. Wir haben auch hier einen Prüfbericht. Ja. Wir haben das alles testen lassen. Können Sie auch gerne im Video einblenden. Und wir sind die besten Tester. Wir haben seit fünf Jahren immer sauberes Trinkwasser, wie gesagt, bei jedem Wetter, bei jeder Hitze. Und uns hat es immer gewundert, wie das funktioniert. Danke für die Auskunft. Vielen Dank fürs Feedback. Wir empfehlen das Produkt gerne weiter. Und wir benutzen es auch weiterhin natürlich sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Und euch noch einen schönen Rundgang. Vielen Dank. 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 Und aus dessen, dass er auf Ozon Basis arbeitet, ist er vollkommen unbedenklich für Mensch und Tier nicht zu vergleichen mit einem Ozongenerator und er hat seinen ganz festen Platz im Wohnmobil gefunden, denn wir haben hier die Situation, der Hund ist an Bord, wir haben manchmal Raucher an Bord, wir kochen gerne auch mal einen Fisch, auch im Wohnmobil, wir haben die Aerosolfette, das heißt die Oberflächen, wo sich diese Fette niederliegen, die gibt es nicht mehr, diese Fette und natürlich die Abwassergerüche und die Viren und die Bakterien, ja, all das spaltet er auf. Jetzt muss ich nur noch mal nachfragen, er hat keinen Filter drinnen, wie wird das Gerät gereinigt oder wo kommen dann die Fette hin? Es wird alles aufgespaltet, auch die Fette werden mit einer Vierfachaufspaltung aufgespalten, es zerfällt mikro klein, man sieht es nicht, es geht zu Boden, wird beim Staubwischen oder Staubsaugen aufgenommen und somit haben wir keinerlei Belastung mehr. Also die Fette, alle Belastungen verschwinden, auch ein großes Thema für Allergiker, Pollenallergiker, Schimmelpilze, Milben in den Polstern, wird alles rückstandslos beseitigt. Also alles, was in der Luft nichts zu suchen hat. Okay, also, jetzt habt ihr mal Informationen zum Ozonus, die Andi hat eine Webseite, die verlinken wir natürlich unten und da könnt ihr euch dann kundig machen. Sehr gerne, ich freue mich über jeden, der sich meldet. Gerne, danke dir. Ja. 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 Musik Musik So, jetzt sind wir hier in der Halle 3 und da haben wir die Tascha und den Patrick, besser bekannt oder ihr kennt sie wahrscheinlich unter dem Namen Patascha, die stehen aber heute nicht für ihren YouTube-Kanal da, sondern für Park4Night, diese kleine App, mit der wir öfters Übernachtungsplätze finden können, die repräsentiert ihr hier und vielleicht sagt ihr ein bisschen was zu der App. Ja, ich glaube, die App braucht man fast nicht groß vorstellen. Ich glaube, wer von euch da draußen kennt Park4Night nicht? Obwohl, wir müssen immer wieder mit Erstaunen feststellen, dass doch einige die App noch nicht kennen, die dann hier am Stand landen und fragen, ja, was ist das, kenne ich noch nicht. Und ja, mit Park4Night kann man sich Plätze für die Nacht suchen, sowohl offizielle als auch ein bisschen inoffiziellere Plätze in der Natur oder ja, vielleicht mal in der Stadt, wenn man eine Stadtbesichtigung machen möchte. Das findet man alles in der App und wie gesagt, auch offizielle Plätze von Campingplätzen, kostenlosen Wohnmobilstellplätzen bis hin zu... Was auch oft spannend ist, einfach mal über Campingplätze, sich die Kommentare reinzuziehen, was die Leute darüber zu erzählen wissen, das ist auch manchmal spannend. Bei der App. Bei der App, ja. Also, es gibt vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eins muss ich natürlich dazu sagen, wenn das Wohnmobil etwas länger ist als ein Kastenwagen, dann wird es manchmal schwierig, denn wir waren schon auf Parkplätze, wo wir dann keinen Platz gefunden haben. Aber das kann man einfach ausprobieren. Für Hinweise ist die App immer auf jeden Fall einsatzfähig. Ja, da gibt es ja auch Filter, mit denen man arbeiten kann. Dann kann man es ein bisschen eingrenzen. Wenn man vielleicht jetzt nicht auf einem ganz normalen kleinen Parkplatz landen möchte, dann sucht man sich vielleicht eher eine Alternative, wo man dann auch mit einem größeren Wohnmobil auffahren kann. Alles verlinkt unter diesem Video oder auf dem Kanal von Batascha. Ganz genau. Sehr gerne. Vielen Dank. So, wir hoffen, dass das interessant gewesen ist für euch. Also für uns war es interessant, wir haben auch für manche Produkte, die wir euch jetzt hier gezeigt haben, selber neue Erkenntnisse daraus gezogen. Ja, wir wussten vieles nicht, wie es genau funktioniert und welche Porteile das insgesamt hat. Da haben wir auch noch viel dazugelernt und wir haben auch einige schöne Fahrzeuge entdeckt und diese Fahrzeuge werden wir euch noch in separaten Videos vorstellen. Ja, genau. Da folgt jetzt noch ein bisschen was und wenn ihr morgen am Sonntag, 28.08. auf die Messe kommt, dann denkt nicht dran, Halle 7, Bühne, Ursi und Helle, wir freuen uns, wenn wenigstens zwei, drei Zuschauer kommen. Ja genau, 16.15 Uhr. Ja genau, dass wir nicht ganz alleine sind. Ja. Und es gibt ja dann auch die Möglichkeit uns mit uns persönlich zu plaudern. Genau. Also wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Wir freuen uns immer und vielleicht sehen wir uns noch auf der Messe, ansonsten hoffen, dass euch das gefallen hat. Tschüss. 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 Tschüss.